Da. Geht schon wieder viel Bess. Ich hab jetzt nicht gedacht, dass es so leicht ist. Für den Mager, wie das so leicht wird. Für den Hexe. Jetzt ist das ja eine Hexe. Das Gute ist, die Dogfunks setzen keine Reisen ein. Das ist sehr starker dort. Die können uns jetzt gar nicht einsetzen. So schnell kehre ich sie. So, fünf. So. Sechs. Wo hat's noch? Wo hat's noch? Ich suche dich und finde es. Sieben. Ah, jetzt habe ich ein bisschen Blut. Boah, ist sie stark. Haha. Seht ihr euch da das ist? Oh. Oh man. Ich hasse dieses Herze. So. Weg damit. Es ist so extrem empfindlich gegenüber Drucken. Dass der Ton immer ausgeht. Und mich auf den Desktop portet. so. ... ... Ja, vielleicht kauf ich mal ein Mikrofon. Aber das braucht noch einige Zeit. Braucht zuerst Geld. Also Geld in Form von... Also nicht Kritikkarte oder so. Hm, das ist daneben gegangen. Und von dem hau ich jetzt ab. Kein Bock, den auch nur zu besiegen. Der Schadensbalken ist schon lange unten gewesen. So, die nächste Quest. Oh, das ist noch nicht. Oh, das ist noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Das müssen wir dann hier unten machen, hm, komisch. Der andere da hat gesagt, dass der Hexer später sehr stark wird, volles Mana, also immer Mana hat und so weiter. Ich hoffe es ihm, aber wahrscheinlich stärker als der Schütze wird er nicht werden. Wobei beim Schützen habe ich ein paar Probleme gehabt, aber wahrscheinlich auch, weil ich auf Kurzbogen geskalt habe. Und langen Bogen eigentlich das mächtige Zög ist. Uh-huh. Gut. Da sind die Oaks. Und jetzt? Müssen wir raus. Hey, habt ihr eine Macke? Geht doch nicht raus in die Oaks. Die Farms sind wie falsch. Wo muss ich hin? Dort nach unten. Ne, die Quest ist verbuggt. Von Orkknecht. Aha. Ah, darum geht nichts. Ich dachte es gibt ein Symbol oder so zum Aufnehmen. Aber dass wir einen Orknecht töten müssen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Okay, wir müssen mehr, oder? Wir müssen das nicht geben. So... So... Wider I say... Ah, hier ist noch eine Stadt. Gehen wir mal in diese Stadt kurz und schauen, ob es Quests hier gibt. Ich denke nicht. Der ist im Schild stecken geblieben. Spielen sehr viel, diese kleinen... Wie heißen sie? Ich weiß jetzt nicht, wie sie heißen. Hm, da ist nichts hier. Okay, gehen wir jetzt zurück. Vielleicht die eisig-süßigen kleinen und süß. ... ... ... ... So, der Leichtturm ist schon da. Und die Kuppel ist auch schon zu sehen. Juhu! So, kann ich stoppen? So, wir können schnell zum Händler gehen. Und da jetzt verkaufen, was wir nicht brauchen. So, dann werde ich bis heute Abend nochmals leveln. Wenn ihr wollt, könnt ihr 20 Uhr mich hier treffen und mit mehr Let's Playen. Ihr dürft mir gerne unterstützen. Ich kann euch unterstützen. Ja, bis dann. Tschüss und bitte Like nicht vergessen. Dankeschön. So, dann kommen... Dann machen wir los. Schauspieler.